Ich musste schmunzeln. Da reiht sich's auch ein Pferd zu nehmen. Zurück ruhig kommen. Bei mir spawnen noch zwei Leute, ja. Das kann nichts gegen euch machen. Ja, wenn ich bei dir spawnen bin ich gerade im Insta-Spawner. Ja, ich hab erst mal das Pferd gemacht oder geschwertet. Ich kam mir einfach entgegen. Wir haben Schwerte gekreuzig und er. Das ist voll mit Blechern. Marc will skittern. Ok, sieht nach einem Jahr aus. Ich hätte schon nehmen können, jetzt easy. Drei Sekunden bevor die Hatties nehmen können. Ok. Marc, ich kann dir jetzt erstmal den ersten Dominanz zeigen. Boat, Damage, Drei. Bei mir ist ein Light Tank, Marc. Rechts von C. Oder Jakob. Damage. Wie viele Leute. Ich bin erst gebellt, ist das. Sind sie alle weg? Ok. Magst du jetzt einen Light Tank, wenn du willst. Der brennt, aber. Das Tankgate ist hier irgendwie da umgegangen. Hotel. Ne, Support. Echt? Ach nee, ich bin irgendwo. Ne, wie die, Nime. Da sind ein paar Gegner. Ja, ja. Da sind ein paar Gegner. Ja, ich weiß jetzt, das ist... Wollen wir eine Einschätzung wissen so? Ja, oder... Nein. Oh. Richtung Fortress? Sinds so viele Leute am Strand oder der Vorhalt? Ich treffe hier nicht. Oh mein Gott. Das sind jene Nades. Hast du kein technisches Wasserfahren? War das wieder das Eugeniegel lachen? Aua. Kommt man auf den Linen. Oh mein Gott. Ja, Matthias. Ja, komm ich wieder und kann schon fast base rate. Ja, normal, oder? Frederic, bist du irgendwo näher? Ja, easy. Mich holt die Anti eher von A. Ach, Mann. Was hast du geholt, Basti? Was gibt's zu essen? Nix. Was? Ich hachere halt da hinten den Support. Ich bin auf B. Ich bin auf B. Halt's dir mal nieder Jakob hier, die Typen. Boat ist immer noch besetzt, aber wo ist derjenige? Oh mein Gott. Der hat halt im Ernsten Torpedos zwei Meter vor mich gedroppt. Ganz oben rechts kennt ein Sniper. Hat mich cool, dass ich nahe gerannt bin. Ganz oben rechts. Ganz oben rechts, guck mal. In dem Stein drinne, ohne Deckung. Steht da einfach. Steht da einfach nur. Hast du den? Ne, der hat immer noch einer. Wie er fährt, kriegt den glaube ich nicht. Ich glaub es keine Hits waren. Einer von den, naja, ist da. Auf zur Fächtung. Auf der Fächtung. Oh Gott. Tidestep. Oh Gott ich bin aus der Ammo. Oh mein Gott sind die viele Leute auf der Fächtung. Ja, ihr Team. Oh. Oh mein Gott. Ich hab mal eine Field Gun neben mir. Oh sind 20 Leute gespielt. Hier runter. Aus dem Pferd mit der Spotting Player angeschossen. You know what to do. Ich mag damit ich nicht aufgehen. Wiggle 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 wiggle. Ja. Das ist so dumm. Das ergibt keinen Sinn. Mein Typ macht einfach ganze Zeit Bewegungen. Das so wieder aufsteht und in Deckung geht. Oder halt. Ja das hab ich auch. Was ist das? Deswegen bin ich grad draufgegangen. Richtig geil. Hm. Fehlmal hintereinander gestorben. Es wird immer besser. Ja. Ich bin jetzt auch bei 3. Und fast 4. Ich werde am Arsch da weggeriffed. Geil. Und 4. Auf dem Turm bei 11 auf dem Kleinen. Ist einer drauf. Mit einem MG. Ich spawn bei C. Wäre direkt von E gesniped. Waren keine 3 Hits. Oh bei dir Mark. Das hat er... Der Typ oben bei Mark. Der bei Netsch hat an ihm vorbei. Und fällt dann runter. Und stirbt. Das ist tot Nummer 5. Das war einfach 10 von 10 Punkten. Ja. Tot Nummer 5. Besser als mein gesamtes Squad. Wie? Wie? Loll er gibt mir aufs Zeit. Was geht bei den Leuten grad ab? Ich krieg nur One Hits gedrückt. Egal was. Was für ne Waffe. Fünfmal in Folge gestorben. Yay. Ach fuck. Ich hab ja meinen Kit. Einmal geswitcht. Deshalb seh ich keine Ref-Icons. Ach du Kacke. Oh du bist ein schlimmer Medic ey. Ja ich wette ich hab jetzt locker 5-10 Leute nicht gerefft in der Zeit. Deshalb. Ups. Was passiert vielleicht? Gott ey. Ich spawn auf D. Was ist das? Ich glaub ich hab. Sorry. Ich hatte eigentlich Full Ammo. Ich weiß gar nicht wie ich ihn aufgenommen hab. Aua. Kannst dir erstmal ein paar Punkte holen bei mir. Ich bin auch runtergesprungen ohne Fallschirm. Yay. Ach passt die. 5-6. Mhm. Pass die richtig bei unserem Team da unten an. Ich bin jetzt sechsmal hintereinander gestorben. Ich bin jetzt sechsmal hintereinander gestorben. Hab einen Kill gemacht. Richtig geil. Und vier davon waren einfach spawnen und instant tot. Richtig spaßig. Ja. Ja guck. Der ist aber immer noch hier oder Ferdijk? Und schon wieder einer. Einfach. Tot. Ja. Oh nein. Da steht der. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ist das auch so bitter. Oh wow. Ja meine Freunde. Kann ich auch prefieren. Max ist 19 Meter von uns weg. Vielleicht haben wir. Vielleicht haben wir. Basti. Ah was ist das? Ich denke weiter oben noch. Weiter Richtung Dino. Weiter Richtung Dino. Weiter Richtung Dino. Von fünf Stück sind drei Stück vorbeigegangen. Auf dem Still-Standist-Zier. What? Wie geht das? Auf zwei Meter und Ferdinand. Ist egal. Ich gebe mir jetzt schon Dreadnought. Ja jetzt. Das Game ist schon halb vorbei. Ja. Aber was kann man denn? One-Hit. Ich würde nicht stehen bleiben an der Stelle. Ja. Das ist eine G-98 in One-Hit-Range. Ja. Ist der. Oh. Oh. Ist immer noch der. Noch der. Oh. Oh ey. Ja. Jetzt hört doch das mal Automatiker rum. Ist das krank. Ich gebe ihm Hitmarken mit dem Sniper. Wechsel auf meine Pistole. Bin tot, bevor ich die Pistole raushole. Warte. Ich bin noch kurz die Kappung. Dann hole ich dich. So. Komme. Nein. Jetzt habe ich die Kappung. Die nicht bekommen. Hoppe. Alter. Geht grad so abnormal rein bei mir. Jakob, der rammt. Der rammt erstmal Jakob. Der Leck leckt einfach für ihn gerade. Schon haut. Selbst der Leck leckt für den, ne? Ja. Ich bin so drauf. Wo ist die Leute drauf? Ich kann nicht mehr auf die Leute drauf ziehen. User in your channel. I'm doubt. Ein wilder Jakob. Er fährt ziemlich nahe am Rande. Gleich wird er erträgt. Nein. So viele Leute. User in your channel. Jakob. Wohoh. Was macht dieses Boot? Vielleicht schießt ein Torpedo ab und fliegt nach oben das auf. Natürlich. Woher kommt der noch nicht? Äh, ich komm. Ich hab... es geht nicht. Ich hab kein Ammo mehr. Wenn jemand mit der AT Rocket Gun schießt so auf mich, fuck off, ey. Ich hab ein Kitzchen. Das willst du doch mal sehen, ne? Danke. Das hat das nicht mega anfest, oder? Das wundert mich eigentlich. Ja wieso, es ist ja nur sein Laptop, ich denk mir, er kriegt das nur selbst, der nicht genau ist. Er hört es ja eigentlich selbst, oder wenn er... Manni hat sich wahrscheinlich eh gemutet, dann hat er eine andere. 20 Leute sind vor ihm bei A und er spielt einfach nach rechts aus. Hm, Headshots, mein Ding ist außen. Sniper auf mein Buddy. Oh lol, jetzt hab ich dich mit dem Ref verfehlt. Bow aim. Bad aim. Oh Gott! Oh mein Gott! Mann ist einfach ein scheiße Wonshot vom Mörser. Jupp. Light tank. Was ist der Light tank? Oh. Direkt vor uns. Ich bin auch gesehen, ich verstecke mich einfach in dem alten Tank. In der Leiche. Weg hier. Ähm. Meine K-Bullets drauf, Shaste so down, Shaste so down. Äh, ich bin nie hier gewesen. Oh Gott. Disabled hab ich schon. Was down. Jetzt muss ich die Gegner schon mit K-Bullets headshotten. Oh Mann. Boah. Wir haben uns halt komplett gebackipt. Wir haben uns halt komplett gebackipt. Wieder mal ne richtig dreiste Runde hier. Ich komme auf den Pullhead-Dock. Ich glaube einfach 300 Meter und muss nicht drüber zielen. Welche? Was ist das? 98. Ja. Ja. Ich glaube da ist ne Tank-Sniper auf die... Ich bin drüber geschossen. Ich bin drüber geschossen. Was? Die absorbiert gerade all unser Bad-Luck. Ja. 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 Eine schlechte Runde hatte ich noch nie. Alter wie ich grad rein geht. Hör auf zu schießen. Ja. Nein. Seine von euch irgendwie auf... Ja natürlich die perfekte Nade. Kämpft da. Auf. Auf die noch mehr. Auf die noch mehr. Ah ne. Da hab ich den geholt. Wir gehen in Part B von C. Rechts Mark. Den... Ah ist ja ein Kopier. Okay. Hab den hinter dir. Danke. Ja. Ich sitze einfach in seinem... In dem Stein drinnen. In dem G. Natürlich. Es hittet sich aber auch echt jeder einfach beim ersten Schuss Basti. Bad luck Brian. Zin Jakob. Ja. In dem G. Wird ich niemals Long Range Snipe. Ja. Der Fyter schießt auch. Oh kommt der! Am Fenster! Ja ey. Der hat mich voll überrascht ey. Der Fyter hätt mich grad fast mit dem Maingun gekillt. Hat mir neuen Superhit gegeben. Oh wow. Finster Dreadnought. Wir hatten ja irgendwie nicht mal Schaden gemacht der Dreadnought. Wir hatten ja irgendwie nicht mal Schaden gemacht der Dreadnought. Wo immer das ging. Ich stand hier nur zwei Meter von euch weg. Aua. Oh nein. Die Gische. Oh, da sind einige bis morgen. Ah. Oh nein. Ah. Oh mein Gott. Ach. Naja, hat 1 HP und verspricht. Ich liebe die Leute. Keine Armon mehr. Mal wieder. Und Kids. Macht doch keinen Spaß, wenn man spart und von der Giant of the Cade schlägt uns nicht. Komm. Ja. Light hängt in der Richtung. Ich gehol dich Basti. Beziehungsweise 1 Sekunde. Nee, ich glaub nicht drin. Ja doch. Du bist bei mir glaub ich zurück in folgendem Stückchen. Und insta-Dev. Alter, diese Lighting. Von rechts. Mann. Von Richtung. Rechts von D holt mich einer. Bist du aber auf D, Frederic? Nee, ich bin B. Nee, ich bin B. Ich versteh nicht wie. Kriegst du mich da? Ich lieg da auch. Nicht so weit weg. Ja, ja. Okay. Oh mein Gott. Ich bin grad wirklich abartig. Wird geraffed und hab instant wieder 10 HP oder 20 die ganze Zeit. Also noch 4 TKP. Jetzt ist die Snapper dich aufgehauen, aber schon wieder leer. Das gibt's nicht. What? Das ist meine Sniper? Hm. Mh. 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 aber echt das komische Scope drin, ich glaub nicht mehr 962 Infanterie LADY SNOW, LADY SNOW, LADY SNOW was ist KYS? KILL YOURSELF du hast halt 6 Runden drauf und schreib das jede Runde rein spammt das einfach die ganze Zeit